aber man sieht sich ja danach eh wieder weil ich werde nicht so lange warten Monatow gut werfen wir einfach jetzt erst mal vor schnapp mir Brandgeschosse verschieße Brandgeschosse ja ja 50 Brandgeschosse und das heißt ein nehmen wir mal das hier und ja ja ich höre mal komm mit Leute los los komm mit Freunde wir müssen herein los los ja geschafft und ich starte mal bis zum nächsten Mal ok hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von let's play lab for dead 2 ähm ja ich äh werde heute sagen wir es mal so ähm weitermachen allerdings habe ich die erste Aufnahme äh ja sagen wir mal so erste Aufnahme halt ihr habt doch gesehen ich habe bei zwei Folgen schon mal voll durchgemacht und zwar habe ich das leider abbrechen muss äh halt äh habe ich nicht speichern können daher habe ich jetzt auch leider meine Waffe nicht mehr und äh leider habe ich halt jetzt die jede Waffe nicht und äh ich habe ja eigentlich in der ersten und zweiten Folge gesagt dass ich die Waffe mit dem Laserpointer behalten werde und zwar muss ich mich jetzt auch ein wenig beeilen die Map ist ziemlich lang und ich habe leider nicht äh so viel Aufnahmezeit weil YouTube gibt erst halbe Stunden erst bei einer Bestunden Anzahl an Abonnenten und so ein Zeug frei und ja das ist jetzt noch so eine Sache wir werden es halt noch nicht kriegen und ja jedenfalls noch nicht so schnell es müssen einfach mehr Leute abonnieren abonnieren ja ja äh fangen wir einfach jetzt mal an einfach so ich werde jetzt einfach mal äh ganz schnell durchrushen wegen dem Zeitlimit das ich nur habe äh mir war klar dass ich leider noch keine halben Stunden aufnehmen darf oder sagen wir es so kann äh das Video hochladen ist bei mir jetzt auch nicht so eine unkomplizierte Sache und zwar habe ich äh sagen wir es so halt ziemlich viel bei der Aufnahme zu äh achten oh ah gut 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 danke 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 und ja weiter 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 ich wäre sehr dankbar wenn es ein Katana wieder gehen würde das macht mich auch leicht traurig ich habe jetzt mein Katana nicht mehr und normalerweise ist das Einkaufszenter eins von den Maps dich äh nicht so sehr leiden kann wie ich schon vielleicht schon in der vorigen Folge ich habe nämlich jetzt zwei Tage leider nicht mehr aufgenommen ich weiß auch gerade nicht mehr was ich alles in der letzten Folge erzählt habe tut mir leid aber trotz allem kann ich nichts anderes machen als äh weiter zu machen ist sowieso klar muss ja auch äh ja kommt Leute ich bin dir nicht versauern und zwar durch diese Tür werde ich wie ich gesagt habe jetzt einfach voll schnell durchrushen weil mir nichts anderes übrig bleibt ich habe nur begrenzt Zeitlimit und ich will äh Left 4 Dead 2 auch recht schnell durchbringen weil es nicht gerade ein Spiel ist da wo ich für ich ziemlich lange brauchen würde also hier können wir runter yeah gut ja hier komme ich auch runter hier ist Verbandszeug ich glaube das hebe ich mir noch kurz auf ich weiß dann wenigstens wo was liegt und zwar gehen wir jetzt erstmal da und hier und schnell da rein oh yeah oh ja komm her hier gebe ich es auch nur Paddel anstatt Schläger yeah na klar ja na wer wohl ich hier oh schwingt der scheiße ah ja dann nehme ich glatt mal den Computer auseinander ah ok da rein habe ich mit Baseball Schläger besser in Erinnerung oh oh ich bin auch gerade gar nicht ob dies normal ist hatte ich die ich habe hier an meiner Maus zu betrachten ich wüsste es auch gar nicht ob die die letztes mal an war oder nicht es macht mich gerade ein bisschen verwirrt woher hier ist sagt gesichter von der weil auch noch die Lampen ausmachen ey gehts noch was soll ich denn dann die Hackfressen sehen Achtung der Alarm wird los gehen aah Witcher sorry wenn ich mich in der Folge jetzt ein bisschen anstellen werde ich war in der letzten Folge nämlich den anderen Weg gegangen und das gibt mir jetzt ein bisschen zu denken weil den Weg bin ich bis jetzt einmal gegangen und zwar wo ich es zum zweiten Mal durchgespielt habe und zwar äh äh ja wo ging es jetzt ah fuck ich schätze es geht in die Richtung aah geht weg eiskalt abmetzen erst wieder alles möglich nach Ikea nach Ikea einkaufen dafür würde ich niemals saufen für Ikea was zu kaufen ja hallo was äh versuche ich hier gerade ja die anderen könnten zwar auch was machen aber du wirst ja wie sie sind alle stinkfaule Säcke hier und die meiste Zeit treffen sie nicht mal oh ja ich hatte würzig Schuss wir haben nicht mal äh zwar brauche ich gar nicht nie so viel aber äh Leute aufwelfen ja ich hab sowas geschafft Leute stellt euch halt nie so an gärt mich doch ein bisschen nur ein bisschen muss es gehen und viele haben dort überstehen wie wenn ich jetzt auf diesen Scheiß gekommen ist genau wie über sieben Brücken was mit sieben äh sieben Headshots in einer Minute geht weg ich mag euch nicht mehr ich weiß ich schaffe Schützern kenne ich nicht ich kenne nur Scharfschütze oh ja die AK wäre zwar vielleicht besser ich will aber jetzt mal die haben ah aber ich hasse die eine hässliche Dreckssau ey eine hässliche Dreckssau ey das sind so kann man sich ja so zusammenknüpfen okay normalerweise hätte ich schon treffen oh jetzt hat sich jeder ETF ich habe in Blindheiten Hunter gekillt Die Rutsch lassen wir jetzt einfach mal mal rutsch sein und machen uns vom acker leute ja ja haben sie ja schon wissen schnellstecker von der firma langsam leute auf geht hier der raum so eine sauerei die gute brille gut aufnahme geschafft bis zum nächsten mal